so wir sind jetzt hier circa 50 meter vom ursprung der quelle entfernt und hier haben wir eine temperatur von 30 grad schon das ist auch hier die stelle wo ja einige der barsche sind wir schauen mal hier rein unter wasser aber wir sind irgendwie weniger als im sommer noch habe ich so das gefühl jedenfalls von hier oben da sind einige grünflossen buntbarsche drin auch wieder einige schöne himmikromes schöne rote doch ich glaube es ist ungefähr genauso viel los wie im sommer aber hier ist das was auf jeden fall schon extrem milchiger man da sieht und ich denke mal dass wir hier auch die wasserprobe jetzt gleich nehmen werden um einfach mal zu schauen wie das wasser hier ist weil hier ist so die meiste dichte an verschiedenen fischen schauen wir jetzt mal an wie hier die wasserwerte sind